Very Merry Christmas We'll have this year Very Merry Christmas Without old tears Every night Every day Is a happy holiday A very Merry Christmas To you Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich Die Hunde alle im Garten Bei uns schneit's so krass Gebt euch das mal bitte Alles ist richtig weiß Au Hey, ich hab keine Schleehose an Schau bitte Wie nass die so ist Der Vater hier ist so komisch Er kann mich nicht griffen Hey, hast du die Goldie erwischt? Super Goldie Hey Lucy und Bella ihr erster Schnee Für Lucy sind sie mein Ball Und wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Hey Hey Hast du mich abgeschossen? Oh mein Gott Wie schön Hey Wie schön Wie schön Wie schön Wie schön Wie schön Ich weiß nicht, was du? Ja, ich weiß nicht. Aaaaaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 6,5 Stunden später Ahoi meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Tag Jetzt ist Mittagzeit, wir haben die Lara schon von der Schule abgeholt Und wir werden jetzt gleich kochen, die Lara macht die Hausaufgaben Draußen ist noch Winter, also wir haben noch ein bisschen Schnee, draußen ist noch nicht geschmolzen Und vielleicht nach dem Mittagessen gehen wir noch einen Sprung raus mit dem Schlitte Und mit dem Bob Mit dem Bob, ok Heute haben wir vor noch den Haus zu schmücken, denn wir haben bis jetzt nicht geschafft, wir haben extrem viel zu tun gehabt die Woche Und ja, Haus schmücken gehört dazu Die Mama ist jetzt im Wohnzimmer, sie arbeitet, sie hat noch etwas am Computer zu erledigen Und ich kümmere mich da um die kleinen Mäuse, bis die andere von, also die größere von der Schule nach Hause kommen Und ja, ich werde jetzt mal zum Kochen beginnen, denn die Zeit rennt und ja, Hunger wird immer größer Und ja, ich werde jetzt mal zum Kochen Und ja, ich werde jetzt mal zum Kochen Und ja, ich werde jetzt mal zum Kochen Ich bin mit Kochen fertig und jetzt werde ich die Mama zum Tisch holen, weil die Mama braucht immer Urlange bis sie hier kommt Mama, Essen ist fertig Vielleicht so, kommen sie schneller Na endlich, die Mama da Genau Hast du mein Brot aufgeschnitten? Ja Das habe ich gebacken, hast du schon erzählt Und jetzt wollte ich gerade Was habe ich gemacht? Das sieht echt schön aus, gell? Wir haben schon Mittagessen gegessen und jetzt sind wir noch eine Runde schnell draußen gegangen, solange noch hell ist Und ja, die Lara wollte noch im Haus bleiben, weil sie hat noch etwas für die Schule zu erledigen und ich bin noch mit Luisa draußen Und wir genießen noch die Tage, wo noch ein bisschen Schnee draußen ist Ja, sie ist rutschig Ja, sie ist rutschig Ja, ich habe einen Auszug Wer nimmt den Bob? Boah, du bist ein fleißiges Mädchen Aber das ist schwer Ist das schwer? Ja Ja Hast du nicht genug zu Mittag gegessen? Nein Schau mal ein Reh Hast du sie gesehen? Ich bleibe stehen Ja, es sind zwei Ja, die laufen jetzt weg Die haben Angst vor uns, deswegen So, du setzt dich hier und der Papa bringt dich nach oben, ok? So Ja Geht? Ja Halt dich fest, ja? Juhuuu Das ist nicht so einfach Wie es aussieht Ja? Ja Geschafft Machst du noch? Nein Ich bin dran Ich bin dran? Ja Ok Hammermann Ich bin dran Papa ist okay Aber ist so groß Wir sind drei Ja Jetzt bist du dran Okay Ich bin dran Ja Ich bin dran Ja Ich bin dran Ich bin dran Ja Ja Jetzt geht's los Jetzt geht's los Hat nicht funktioniert Hä? Hat es nicht funktioniert? Nein Nein Ja Ich weiß Ich glaube Der Bob ist zu klein für mich Schaut mal Der Papa hat schon die Weihnachtsbeleuchtung geholt aus dem Dachboden Und die gesamte Weihnachtsdeko Da werden wir bald anfangen, oder? Ja Wo ist denn die Kiste? Ich bin dran 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 Michel macht die Hunde neidig Ich bin dran Aha Schatzi Ja Aha Das ist dieses Büro, das du einmal die Woche aufbrachst, oder nicht? Ja, natürlich nicht Aber eigentlich Was ist denn da drin? Das ist so ein Leinersmann von seiner Werkstatt Aha Aha Michel, pass auf mit dem Weihnachtsmann Ja Er sagt Schneewichtel Schneewichtel Michel, glaubst du noch an den Weihnachtstag? Ja Ja Super schön Natürlich Wo ist diese Bilder? Was ist? Wo ist Lucy? Und Bella? Awww Moll Lucy, kriegst du dich auch was vom Weihnachtsmann? Ich komme Awww Wie süß Moll Michelle, kannst du in den Pullover ausziehen? Awww So Lisa, stell es mal auf Hey, das haben wir damals für die Hunde gekauft, oder Michelle? Ja Ja, aber das ist ein klein Hunde Da hatten wir nur zwei Hunde, jetzt haben wir fünf So, wir müssen jetzt ein bisschen den Tisch abräumen Weil wir essen jetzt was So, wie Hi Das ist zu klein für dich, Mama So, wie 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 Warum schaut es bei uns so chaotisch aus? Na ja, aber wer hat jetzt das Chaos gemacht mit der Weihnachtsbeleuchtung? Geh Michelle, kannst du mir das aufhängen? Lara! Der Papa hat jetzt gerade dieses Video geschnitten, wo wir das Büro aufgeräumt haben, oder Schatzi? Ja Ich zeig euch mal Also wir haben ja Ja Ich sage nicht Das ist verflucht, das ist jetzt irgendwie Verflucht? Holy shit, what's happening hier? Drei Tage wird dicht Naja, es ist ja auch so, wenn wir da immer was bestellen und was zugeliefert bekommen, dann schmeißen wir uns da rein Was für ein Papa ins Zimmer Er braucht ja eine Arbeit Aber das ist hier, you know What? This is Christmas time Special Was ist da drin? Ein Auto oder was? Hast du vergessen? Das ist das Playmobil Dann haben wir von Hüla was bestellt, das liegt natürlich dann auch da drin, der Hüla Der Hüla auch am Boden, der Hüla da hinten Das kann man ja wegschmeißen, das ist ja nur Karton Wer hat das hingeschmissen? Ich habe es dir gegeben zum wegschmeißen, nicht zum Horten Diese Mädchen ist mega schwer, ich will voll Vor ein paar Monaten warst du so klein, ich habe dich in der Jacke getragen Ja Und jetzt kannst du meine Jacke tragen Sie kannst meine Jacke tragen Ja Ja Wir haben uns ja auch ganz spontan dazu entschlossen, dass jetzt auch jeden Tag ein Advent-Kalender-Gewinnspiel auf meinem Instagram-Account ist, also folgt mir auf jeden Fall dort Und für die Kinder hat mich der Advent-Kalender auch schon aufgestellt Aber den zeige ich euch natürlich morgen, wenn wir dann die Türchen öffnen Und ich glaube das war es jetzt auch schon mit dem Video Morgen geht es dann weiter Daily und so weiter, da müssen wir auch schon drin gewinnen Tschüss Ja Aus unserem Chaos-Büro Dass wir im letzten Vlog Der nächste Vlog beginnt mit Zimmer auf Räumen Haha Wie wär's narisch Na gut mein Name Wir müssen die Kinder ins Bett bringen und deswegen Tschüss Ich liebe dich Ich liebe dich Vielen Dank.